TikTok hat sich in den letzten Monaten zu einer unfassbar großen Plattform entwickelt. Milliarden von Nutzern können hier ihre Clips zur Schau stellen, doch in Zukunft wird man wohl aus den USA keine Inhalte mehr sehen. Denn hier wird die App TikTok ab Sonntag komplett verboten. Donald Trump hatte diesen Schritt mit erheblichen Sicherheitsbedenken gerechtfertigt. Demnach ginge es um die Daten von mehr als 100 Millionen Nutzern aus den USA. Besonders bitter ist das Ganze für junge Menschen, die TikTok regelmäßig genutzt haben oder selbst Content aus den USA produziert haben. Die App soll ab Sonntag aus dem App Store verschwinden. Auch der Messenger-Dienst WeChat wurde aus dem Netz genommen.